moin moin freunde freunde und ich begrüße euch zu diesem daily vlog wie ihr gesehen habt bin ich mal wieder mit dem fahrrad gefahren und am setting könnt ihr erkennen dass ich wieder arbeiten bin ich nehme euch so gut es geht mit durch den tag aber wie immer darf ich auf der arbeit nicht vloggen weil es sich auch eure respekte und dementsprechend schauen wir mal was wird also bis gleich so ich bin es mal wieder viel aus dem schnitt nach der schicht habe ich leider nicht mehr geflockt deswegen kommt jetzt die aufnahme aus dem schnitt nichtsdestotrotz hoffe ich dass euch meine vlogs gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen kanal wenn ihr mögt würde mich auf jeden fall freuen und unterstützen und ich bedanke mich bei euch und sage ciao ciao bis zum nächsten vlog bis zum nächsten Mal